Liebe Zuschauer vom Samstagsvideo, was heißt das, wenn der Monchi so aussieht? Möglichkeit Antwort A, wir haben genug von ihm und schicken ihn wieder heim. Und zwar ohne Wert, ist nix doof. Oder könnte das sogar bedeuten, dass heute soweit ist und mir irgendwas hier verschicken? Könnte es sein, könnte diese Briefmarke ein Hinweis darauf sein. Seht mehr in diesem Video. Hallo Leute, Samstag. Wer von euch hat ein Video gemacht? Ich würde ja gern, aber meine Mama hat gesagt, wenn ich meinen Saustau nicht aufräume, dann darf ich nicht mehr raus. Ich habe leider keine Zeit. Mein Problem ist, ich habe mir so wehgetan beim Gitarrespielen. Ich mache heute gar nix mehr. Guckt mal, aua. Okay, komm sofort. Shit, aber was tut sie, weil mein Auto ist gleich. Manno, alles muss man selber machen. Manchi, das macht man nicht. Man lässt nicht seine Freunde so warten. So hängen, wir schwitzen schon Schorle. Nee, ich darf eigentlich noch gar nicht durch sein. Ich habe noch keinen Testgänger. Ah, okay. Deswegen mit Bundenschutz. Aber ich mache jetzt einen kleinen Test. Mach den Test. Wie macht man das? Man muss die ähnliche Briefmarke ablecken. Man muss die ablecken. Wenn sie dann grün werden auf der Rückseite. Dann musst du wieder gehen. Oder gelb. Grün. Das ist richtig eklig. Und übrigens, wenn man die Masken länger wie eine Woche auch hat, dann werden sie auch innen drin so gelblich. Das heißt, nach Belutschistan als Muster ohne Wert. Dadurch, dass ich jetzt 10 Kilo abgenommen habe, kann man mich sogar quer in den Briefkasten mal stecken. Habt ihr das aber schon mal gemacht? Du hast doch extra einer genommen, der nach Scholle schmeckt, oder? Ich habe extra einer genommen, der nach Scholle schmeckt. Ich habe hier schon das Stäbchen. Ich werde ich mal jetzt in die Nase stoppen. Und werde mal das schnell testen, dass ihr, dass wir für euch die Scheißvideos machen können. Ihr habt es gewollt. Wie tief so? In der *** oder eigentlich wo die... Ich glaube ja, da stand was mit. Glaub ich. Jetzt guckt ja mal alle weg. Wir gucken mal alle weg. Wir gucken mal alle weg. Aber da ist das schlimm, schlimm. Boah, da legt mich am Arme. Und war es schlimm? Ja, also ich hatte ein Pistolehärter. So wie es halt auf der Zeichnung drum steht. Früher in der Nase, Gott sei Dank. Gott sei Dank haben sie da ja Bildbügel gemacht. Ich hätte mal so einen Schwung, weiß ich, wohin steckt. Jetzt warten wir halt eine Viertelstunde und dann können wir endlich die CD aufpacken, okay? Ey, was glaubst du, was wir schon... Wir warten schon seit einem halben Tag auf der Monschi. Da ist einfach Dauer im Dauereinsatz. Das geht nicht. So langsam musst du aufhören zu arbeiten. Muss ich, muss ich. Konzentrier dich mal auf das gescheite Zeug. Bis gleich, ich probiere sie mal. Und wie sieht es aus? Die Leitzen, Kerwe, Gäste. Zwei Striche, natürlich. Geil. Jackpot. Jackpot. Ah, scheiße. Wieder nur negativ. Langweilig. Ja, nur negativ. Ey, dann können wir doch jetzt die CD packen, oder? Können wir. Machen wir gleich, oder? Ja, los, los! Ja, los, los! Ja, los! Ja, los! Ja, los! www.quatschkopf.de Ach so, peilsrock.de